Willkommen zu Part 2 von Dracos Mirror. Also falls ihr irgendwie einen passenden Titel habt oder sowas, schreibt es gerne unten in die Kommentare im Übrigen. Haben wir noch ein bisschen Interaction mit euch. Und ja, wünsche ich euch jetzt sehr viel Spaß mit dem zweiten Teil. Los geht's! Sie schlichen den Korridor entlang zu dem Kerker, in dem Denken, dass sie definitiv unentdeckt blieben, als dann plötzlich hinter ihnen eine Stimme donnerte. Mr. Malfoy! Fassungslos wandten sich beide um, geradewegs in das Gesicht der Professorin, das empört von einem Gesicht zum anderen starrte. Was ist denn? Sie kommen in mein Büro, sofort! Die Nachricht hatte sich wie ein Lauffeuer verbreitet. Natürlich war es Peeves, der Poltergeist, der anscheinend keine Angst vor Konsequenzen hatte und der Professorin gesteckt hatte, dass Malfoy mit seinem neuen Bruder den Flur entlang liefe, als gehöre die Schule ihnen. McGonagall hatte Draco und seinem Klon kein Nachsitzen verdonnert. Sie sei der Meinung, die beiden einander zu ertragen, sei Strafe genug, was Draco unheimlich wütend machte. Denn so Unrecht hatte sie damit nicht. Schon nachts wurde zwei Stunden lang diskutiert, weil sein Klon nicht auf dem leeren Bett von Blaze schlafen wollte und sein Eigentum, also Dracos Bett, haben wollte. Auf den Fluren wurde viel getuschelt, wenn beide entlang liefen. Sie dachten wahrscheinlich, es sei nur ein Experiment, das in die Hose ging. Aber mit etwas Geschick könnte Draco seinen Klon so manipulieren, dass er sogar den Plan, Protter zu zerstören, verfolgen würde. Draco fühlte sich trotz allem mächtig. Sie sahen gut zusammen aus. Wahrscheinlich war es sogar besser, erwischt zu werden. Sie gingen von keiner Gefahr aus und er musste kein dummes Versteckspiel spielen. Sie liefen zum lächerlichen Unterricht, der als nächstes bevorstand, und betraten das Klassenzimmer. Die Professorin blickte verärgert zu ihnen. Wenn sie aufhören würden, hier so eitel herumzustolzieren wie zwei Gockel, dann würde ihnen eventuell auffallen, dass der Unterricht bereits begonnen hat, vor 20 Sekunden. Vielleicht sollte ich einen von ihnen beiden in eine Uhr verwandeln, damit zumindest der andere pünktlich erscheint. Die ganze Klasse starrte die beiden an. Draco wollte gerade eine sarkastische Antwort geben, als sein Klon ihm zuvor kam. Professor, am besten verwandeln Sie mich zurück. Dort, wo ich herkomme, ist es zwar kalt und dunkel, aber ich konnte immerhin ausschlafen. Die Klasse fing an zu lachen. Draco wandte sich fassungslos um. Es war kein Auslachen, es war ein über den Witz lachen. Sein Klon grinste. Selbst McGonagall hatte ein Schmunzeln auf ihren schmalen Lippen. Setzen Sie sich! Wer? fragte sein Klon erneut grinsend. Sie beide, husch husch! Sagte die Professorin verwirrt und wedelte mit der Hand. Draco lief wie betäubt auf seinen Platz zu, als sein Klon ihm zuvor kam und sich setzte. Draco wandte sich um. Bevor dieser Vollidiot eine Szene vor den anderen Schülern machte, setzte er sich auf den Platz von Blaze. Plötzlich vernahm er ein Zischen hinter sich. Belfall! Draco wandte sich um. Der Spruch war echt gut, wisperte ein Schüler aus Ravenclaw. Er blickte aber nicht Draco an. Er gab seinem Klon einen freundlichen Klatscher auf die Hand und Draco wandte sich wütend um. Was sollte das alles? Sein Blick fiel auf Potter, der sich umwandte und ihm direkt in die Augen sah. Er sagte aber nichts. Er starrte nur mit seiner arroganten Fresse geradewegs in die Augen. Fast mitleidig. Draco verabscheute ihn so sehr. Keine fünf Minuten später, die nächste Bombe. Die Professorin machte eine Ankündigung, dass einige Lehrkräfte krank waren und sie unterbesetzt waren. Dementsprechend würde Quidditch diese Woche ausfallen, was ein lautes enttäuschtes Stimmenwirrwur auslöste. Draco fühlte sich wie in einem Albtraum. Jetzt war der Grund, weswegen er das alles tat, nicht mal mehr vorhanden. Nämlich Potter zu sabotieren, während sein Klon den goldenen Schnatz fängt. Oder andersherum. Außerdem, rief die Professorin laut und schlug dreimal leicht mit einem Löffel gegen einen Glaskessel, haben wir nun eine neue Lehrkraft. Wie Sie wissen, stehen im neuen Jahr die OTZs bevor und ich glaube nicht, dass sie noch in zehn Jahren wie lauter ausgewachsene Affen hier mit jungen Schülern sitzen wollen, um ihren Abschluss nachzuholen. Mit einem erwartungsvollen Lächeln öffnete die Professorin die Klassentür und bat jemanden hinein, den Draco längst nicht mehr auf dem Schirm hatte. Es war Hermine Granger. Draco zeigte keine Mimik. Er blieb lässig sitzen, trippelte mit seiner Feder weit auf dem veralteten Tisch und bewegte nur seine Pupillen zu ihr. Sie blickte mit ihrem Aktenkoffer zur Professorin und hörte ihr mit einem ernsten Gesicht auf ihrem zierlichen Gesicht zu. Sie trug wieder den eleganten Mantel, den Aktenkoffer. Granger war Lehrkraft. Er glaubte es nicht. Als es ihren Blick zur Klasse schweifen ließ, sagte Professor McGonagall, Und der Herr ist nur ein Besucher auf Zeit, weil Mr. Malfoy sich in der verbotenen Abteilung herumgetrieben hat und ich würde es für gut befinden, wenn wir für sie einen Namen hätten, damit wir sie nicht verwechseln. Sie deutete mit einem Zauberstab schnippisch abwechselnd auf Draco und seinen Klon. Granger blickte sie beide erstaunt an. Draco sah schlecht gelaunt weg. Es war ihm unerklärlicherweise unangenehm. Salazar, sagte sein Klon. Bitte, erwiderte die Professorin. Ich will Salazar genannt werden, erwiderte er. Grundgültiger, das hat uns noch gefehlt. Sagen Sie uns einen sterblichen Namen. Ich bin aber nicht sterblich, grinste er. Mr. Malfoy, nun geben Sie uns mit sofortiger Wirkung einen Vornamen, und sonst verbringen Sie die restliche verbleibende Zeit als Maus in meiner Kommode. Die Klasse kicherte und Draco rümpfte sich die Nase. Sein Klon machte ihn total lächerlich. Gut, nennen Sie mich Tom Felton. Nun gut, dann sind Sie von nun an Mr. Tom Felton, und Sie werden die restliche Zeit nutzen, Mr. Malfoy unter die Arme zu greifen, damit ihm nicht noch mehr Dummheiten einfallen, sonst verdonnere ich Sie beide zum Nachsitzen bei Miss Granger. Sie können mich gerne zum Nachsitzen bei Granger verdonnern, sagte sein Klon plötzlich selbstgefällig und lehnte sich lässig zurück, während er an seinem Merlin weiß woher Kaugummi kaute. Granger wandte sich mit schnippischem Gesichtsausdruck zu ihm. Bei mir wird aber wirklich gelernt und keine dummen Sprüche geklopft, Mr. Felton, und ich ziehe es vor, dass Sie mich Mrs. Granger nennen. Ich kann sie auch Mrs. Felton nennen, erwiderte er grinsend. Die Klasse jubelte und lachte, applaudierte, während die Professorin den Kopf fassungslos schüttelte und Hermine Granger Tom einfach nur stirnrunzelnd ansah. Draco blickte wütend zu seinem Klon, und dieser begutachtete Granger fasziniert mit einem Grinsen auf seinen Lippen. Jetzt pass mal auf, ich hab dich nicht ohne Grund erschaffen. Ich will, dass du Potter vernichtest und nicht mit Granger flirtest, zischte Draco mit hasserfülltem Blick gegen seinen Klon. Seine Finger hatte er in seinem Hemd gekreilt und ihn gegen die Wand gedrückt. Dieser riss seine Hand mit Leichtigkeit weg. Warum spielst du dich so auf? Sie ist nur ein Mädchen. Was? zischte Draco irritiert. Tom baute sich vor ihm auf und sprach wie zu einem Kind. Sie ist nur ein Mädchen. Sie ist kein Mädchen. Diese Granger ist ein Biest. Und ich der Schöne. Pass doch. Der Schöne und das Biest. Draco zuckte seinen Zauberstab und hielt ihn gegen Toms Hals. Herz, ich kann dich wieder ins Jenseits katapultieren, flüsterte er drohend mit einem mörderischen Blick. Tom schnaubte verächtlich und lachte. Dann rup er arrogant eine Braue. Vergessen, dass du dich dann gleich mit mir zusammen ins Jenseits katapultierst, Bruderherz. In dem Moment liefen einige Schüler aus Gryffindor an ihnen vorbei. Was geht, Tom? Hey, Tom. Alles klar? Tom hob grüßend die Hand und Draco fragte sich, ob das ein schlechter Scherz war. Dann wandte sich Tom arrogant zu Draco. So, ich muss los. Ich hab gleich ein Date mit Granger. Im Unterricht. Er hob kurz die Augenbrauen als Abschied mit einem arroganten Gesichtsausdruck und ließ Draco stehen. Und noch nie im Leben hatte er sich so elendig gefühlt. Er hatte ein Monster erschaffen. Das muss aufhören. Sofort. Er manipuliert jeden in meinem Namen, sagte Draco wütend am Pult der Professorin. Ich glaube, mich zu erinnern, dass nicht ich mich in der verbotenen Abteilung geschlichen habe, nicht ich diesen Trank gebraut habe und nicht ich mich selbst geklont habe, Mr. Malfoy. Sie können von Glück reden, dass Ihre Eltern nicht benachrichtigt wurden so kurz vor dem Weihnachtsfest. McGonagall wandte sich gleichgültig zum Gehen um, blieb dann doch kurz stehen. Versuchen Sie vielleicht das Gute daraus zu ziehen, Mr. Malfoy. Nichts ist gut daran, absolut gar nichts. Er freundet sich in meinem Körper mit Leuten an, die mich verachten und die ich verachte. So schlimm kann es nicht sein, wenn diese Sie anschließend nicht mehr hassen. Es tut mir leid, Mr. Malfoy. Vielleicht lernen Sie ausnahmsweise mal etwas Gutes aus Ihren Fehlern. Die Professorin drehte ihm den Rücken zu und Draco war kurz davor, wutentbrannt den Zauberstab zu zücken, als plötzlich Granger in das Klassenzimmer eintrat. Sie begrüßte die Professorin, die den Raum verließ. Und Granger sah ihn augenrollend an. Mal wieder früher als der Rest, ich hab's befürchtet. Und sie lächelte ihn an. Sie lächelte ihn an. Draco starrte sie verwirrt an. Ihre Stimme war neckisch, fast liebevoll. Granger? Er wollte gerade noch etwas sagen, als sie plötzlich ihre Augen verdrehte. Miss Granger, immer noch. Und zum zehnten Mal, nein, ich gehe nicht mit dir aus. Du bist nämlich nicht, er runzelte die Stirn. Dann weitete sie ihre Augen. Sie hatte ihn verwechselt. Ihr Lächeln erstarb. Verzeihung, ich dachte, du wärst Tom. Draco sagte nichts. Sie mieden einander, während sie ihre Sachen für den Unterricht auspackte und er sich wie betäubt hinsetzte. Es wurde gerade sehr warm für ihn im Raum. Er hatte das Gefühl, zu ersticken. Er blickte auf die Uhr. Noch 15 Minuten. Und dieser Duft stieg ihm wieder in die Nase. Dieser Rosenduft. Er setzte sich. Sie sortierte still Unterlagen. Am liebsten hätte sie bestimmt den Raum verlassen. Er blickte sie an. Sie mied seinen Blick. Kein Wunder. Sie hasste ihn. Und er sie. Er sah sie wieder an. Granger war ohne Zweifel hübsch. Plötzlich trat er ein. Draco blickte ihn an. Er hasste ihn wie die Pest. Er stolzierte in die Klasse, als würde die ganze Schule ihm gehören. Granger, wie schön dich zu sehen, schmeichelte mit arroganter Stimme, blieb vor ihr stehen, lehnte beide Hände an den Tisch und beugte sich leicht zu ihr vor. Draco spürte ein seltsames Gefühl im Magen. Fast als müsste er sich übergeben. Granger hob den Blick kampflustig zu Tom. Sitzen Sie sich, Mr. Felton. Es wirkt aber nicht so, als wäre sie ernsthaft genervt von ihm. Eher belustigt. Draco hatte am liebsten den Todesfluch angewandt, aber dann würde er sich wahrscheinlich selbst umbringen. Die Klasse trat ein, setzte sich und Granger begann sofort mit der Prüfungsvorbereitung. Ich werde Ihnen jetzt Unterlagen aushändigen, die Sie eigenständig ausfüllen können. Die erste Seite beinhaltet den Wasserspeierstreik. Aus Erfahrung weiß ich, dass dies eventuell eine Rolle spielen wird in den UTZs. Ihr Allgemeinwissen wird gefragt und deswegen gehen wir die Ereignisse chronologisch durch. Wenn sie fertig sind, besprechen wir alles gemeinsam. Und wenn sie Fragen haben, zögern sie nicht. Granger wedelte den Zauberstab kurz und die Unterlagen flogen an jeden Tisch. Die Schüler begannen kommentarlos mit dem Lernen. Granger war sehr autoritär. Doch Draco konnte nicht. Er hatte das Gefühl, dass ihm die Krawatte zu eng war, dass er keine Luft bekam. Er lockerte sie, aber da war trotzdem dieses Gefühl in der Magengegend. Er hob den Blick. Tom sah ihn an. Er war so ein mieser, verfluchter Verräter. Und deswegen sollte man nicht einmal seinen Schatten trauen. Das Kratzen der Federn, das Ticken der Uhr, das Parfüm von Tom, damit er Granger beeindrucken konnte, seine Flüttereien mit ihr, die Interaktionen mit den Schülern, mit denen er sich ständig austauschte. Es wurde Draco zu viel. Er fühlte sich wie in einem Paralleluniversum. Seine Sicht verschwamm. Es klingelte. Er war wieder bei der Realität angekommen. Er bemerkte nicht, dass die Schüler das Klassenzimmer verließen. Draco stand auf, versuchte noch immer nach Luft zu schnappen. Diese verfluchte Krawatte. »Mr. Malfoy, Sie bleiben hier. Ich möchte mit Ihnen sprechen«, hörte er die Stimme von Granger. »Und Mr. Falten, Sie warten vor der Tür.« Die Schüler verließen den Klassenraum. Auch Tom. Er lief hinaus. Draco hatte nicht einmal die Kraft zu protestieren. Er lockerte wieder die Krawatte. Als restlos jeder den Klassenraum verließ, wandte sie sich zu ihm. »Was willst du, Granger?« ächzte Draco. Sein Magen tat ihm weh. Sie trat näher an ihn heran, nahm einen Stuhl und setzte sich neben ihm. »Das bedrückte ich, Malfoy.« »Sie sieht's, die ihn nicht mehr.« »Ich habe keinen Gegenzimmer gefunden. Er soll aus meinem Leben verschwinden, sofort. Er spricht mit Leuten, die mich verachten«, sagte Draco und spürte nicht mal, wie verzweifelt er sich anhörte. Granger sagte nichts. Warum er ausgerechnet Trost bei ihr suchte? An ihrer Stelle hätte er das als mehr als dreist empfunden. Aber er konnte nicht mehr. »Was hast du dir von ihm erhofft?« fragte sie und er wusste nicht einmal, weswegen er ihr diese Frage beantwortete. »Nicht das, was er mir gerade antut.« Er hielt sich den Magen fest. Er schmerzte so schrecklich. Er konnte Granger nicht einmal ansehen. »Ich helfe dir«, sagte sie. Draco hob den Blick zu ihr. Hatte er sich verhört? »Dir ist aber bewusst, dass du Tom bist und dass Tom du bist?« hörte er ihre sanfte Stimme sagen. »Wie meinst du das, Granger?« »Tom bist du. Das ist eine gute Seite in übertriebener Form dargestellt. Aber das bist du. Und diese Leute verachten dich nicht. Tom will dir zeigen, wie es wäre, wenn du gut zu deinen Mitmenschen bist. Das heißt, du bist ein guter Mensch. Es hätte auch anders ausgehen können. Bitte, Granger, erspar mir deine Moralpredigt. Sag mir einfach nur, wie ich ihn loswerde.« Sie sah ihn einige Sekunden an. Er erwiderte flehend den Blick. »Bitte«, wieder schmerzte sein Magen. Sie stand auf. Wollte sie das Klassenzimmer verlassen? Sie öffnete die Tür und bat Tom hinein. Dann schloss sie die Tür. Sie hob den Zauberstab. Tom machte große Augen und wich zurück. »Was machst du da? Wieso willst du mir das antun?«, fragte er panisch. Granger blieb unbeeindruckt. Dafür stand Draco auf, der Stuhl viel krachend zu Boden. »Verpiss dich! Verpiss dich endlich! Du hast Potter gratuliert zu seinem Quidditch-Sieg! Du wusstest, wie sehr mich das stört!« »Verdammt, er hat fair gespielt!« »Und er hat mich für mein Geschick gelobt!«, rief Tom verärgert zurück. »Und was ist mit all den anderen scheiß Schülern? Du weißt genau, dass sie mich hassen!« »Jetzt aber nicht mehr! Sie hassen dich nicht mehr, weil ich versuchte, aber auch mal freundlicher zu sein!« Wieder hob Granger den Zauberstab. Gerade wollte sie etwas sagen, als sich plötzlich Toms Augen mit Tränen füllten. »Bitte tu das nicht! Mein Auftrag ist noch nicht erfüllt!«, sie zögerte. »Welchen Auftrag, verdammt!«, fragte Draco, und er sah seinem Ebenbild in die Augen. Dabei verschwamm seine eigene Sicht. »Granger, sie mag mich noch immer nicht!« Draco hob den Blick zu ihr. Sie starrte Draco an. Er spürte, wie ihm seine Tränen die Wangen hinunterliefen. Das waren Toms Tränen. Granger sagte nichts. Sie ließ für einen Moment den Zauberstab sinken, als hätte ihre Kraft nachgelassen, hob ihn dann wieder und rief, »Feniten Cantatem!« Draco spürte einen mächtigen Strahl in seiner Brust, als würde etwas wieder zurückkehren. Es wurde grell, er sank zu Boden. Dann spürte er eine sanfte Hand, die ihm half, aufzustehen. Er öffnete seine Augen und sah sich um. Tom war verschwunden. Er blickte Granger irritiert an. »Das war's?« Sie presste die Lippen zusammen. »Das war's?« Sie packte ihre Unterlagen zusammen, ohne ihn anzuschauen. Er hatte das Gefühl, sie war für einen Moment ergriffen von der Situation. »Du solltest Schokolade essen, dann geht's dir besser.« Sie verließ den Klassenraum und ließ Draco stehen. Wieder einmal hatte sich die Nachricht verbreitet. Tom war nicht mehr da. Doch seltsamerweise wurde er trotzdem ständig gegrüßt. Nicht mehr so euphorisch allerdings. Die ersten Tage grüßte er nicht zurück. Irgendwann eignete er sich ein Kopfnicken an. Er vermisste Tom, so paradox es klang. Granger und er ignorierten sich. Er verfolgte ihren Unterricht still. Sie ließ ihn in Ruhe und nahm ihn nicht dran. Allerdings lobte sie ihn immer auf seinen Arbeit schriftlich. Einmal hatte sie sogar ein Smiley neben ihrem »Sehrgut« hingekritzelt, als sei er ein kleines Kind aus der ersten Klasse, das null Fehlerpunkte geschrieben hatte. Seltsamerweise machte ihn das trotzdem stolz. Das letzte Quillitspiel für das Jahr stand an. Seine Kraft war zurückgekehrt, seine Freude, sein Ehrgeiz, das wofür er brannte. Er hatte hart trainiert und erholte das erste Mal den Sieg für Slytherin. Mann, war das ein Spiel! Er war verdammt stolz auf sich, so wie seine ganze Mannschaft, und am lautesten jubelte Blaze, sein bester Freund für ihn, der endlich zurück war von seinem dämlichen Praktikum. Und er konnte es nicht glauben, als Potter mit seiner Kopfverletzung an ihm vorbeilief und ein »Glückwunsch, Malfoy! Deine Technik war sehr stark!« rief. Und das vor allen. Und ständig liefen sämtliche Schüler aus anderen Häusern an ihm vorbei und lobten ihn für das Spiel. Er konnte sich den ganzen Abend das Grinsen nicht mehr verkneifen. Er war lange nicht mehr so glücklich. Das Einzige, was seltsamerweise seine Freude trübte, war, als Granger bei der letzten Stunde vor den UTZs ankündigte, dass sie die Schule nun wieder verlassen würde, was sehr viel Trauer bei den Schülern auslöste. Mit ihr war das Lernen plötzlich so leicht geworden. Sie verabschiedeten sich alle nacheinander von ihr und gingen aus der Klasse. Draco wollte auch gehen, aber er brachte das nicht übers Herz. Er hatte sich nie bei ihr bedankt. An der Tür machte er kehrt. »Granger«, sagte er. Sie hob den Blick, während sie ihre Sachen endgültig zusammenpackte. Er wollte sich bei ihr bedanken, aber seltsamerweise spudelte eine andere Frage aus ihm heraus. »Warum konntest du Tom nicht leiden?« Sie runzelte die Stirn. »Ich bin hier zum Unterrichten, nicht zum Flirten mit Schülern.« »Ranger«, sagte er und hob eine Braue. Sie rollte mit den Augenbrauen. »Er hat mit einer Gitarre im Korridor für mich gesungen.« Er räusperte sich. »Zwei Tage mehr und er hätte ein Hawaii-Hemd getragen.« Sie lachte. Sie lachte über seinen Witz. »Hm, ich mochte ihn eigentlich ganz gerne.« Er senkte kurz nachdenklich den Blick. »Ich verstehe immer noch nicht, wie das funktionieren konnte.« Mit einem einfachen Spruch. Sie zuckte mit der Schulter und lächelte. »Was soll ich dir sagen, Malfoy? Das ist Zauberei. So kompliziert sie uns manchmal erscheint, so simpel kann sie auch sein.« Er zögerte einen Moment. Dann sei er in die Augen. »Danke.« Sie senkte den Blick. »Keine Ursache, auch wenn der Abschied etwas ergreifend war. Aber man muss sich immer wieder vor Augen führen, dass diese Person in einer anderen Person existiert. Tom war keine eigenständige Person. Tom bist du, deine verborgenen Gefühle. Etwas, das du so niemals nach außen tragen würdest.« »Stimmt.« »Wie wäre es bei dir?« Sie dachte kurz nach. »Ich weiß nicht. Ich würde jedenfalls nicht meinen Klon begegnen wollen. Ich habe mich einmal versehentlich in eine Katze verwandelt. War auch nicht angenehm. Außerdem, mir würde es auch nicht gefallen, wenn sie mit dir flirten würde.« Sie lächelte und zwinkerte. Draco runzelte die Stirn. »Warum? Ich bin gut aussehend. Und reich.« »Bei Merlin. Ich habe gehofft, dass diese Seite tief in dir verborgen bleibt.« Sie fing an zu lachen und lief mit gepacktem Koffer auf die Tür zu. Vorbei an ihm. Kurz vorher blieb sie stehen. Sie sahen sich in die Augen. »Ich wünsche dir alles Gute.« Draco hatte wieder dieses seltsame Gefühl im Bauch. Es war mit Tom also nicht verschwunden. Und nun wurde ihm klar, wieso. Er hatte dieses seltsame, undefinierbare Gefühl immer nur dann, wenn sie in seiner Nähe war. Wenn er ihr in ihre warmen, braunen Augen sah. Sie war eine bildhübsche Frau. »Ich wünsche dir auch alles Gute«, sagte er in seiner gewohnt selbstbewussten, kühlen Stimme. Sie wandte sich ein letztes Mal um und sie wirkte schon fast schüchtern. »Übrigens würde ich die Mischung aus Tom und dir ganz gut finden.« Draco grinste verschmitzt. »Vielleicht sollte ich mich doch mit Potter abfinden, oder?« Sie lächelte. »Hm. Wäre keine so schlechte Idee.« Er fuhr sich lässig durch die Haare. Sie wusste genau, was er meinte. Er schloss die Klassenzimmertür zu und lehnte sich gegen den Türrahmen. Es war so intim zwischen ihnen geworden. Er bemerkte, dass ihre Atmung schneller geworden war, auch wenn sie es sich nicht anmerken lassen wollte. Granger spielte nur cool. Sie hatte genauso eine Schwäche für ihn, wie er für sie. »Heute Nacht werde ich auf dem Astronomieturm sein«, sagte er. Sie sahen sich noch immer in die Augen. Sie wusste genau, worauf er anspielte. »Hast du wieder etwas Verbotenes vor?« Sie lächelte spielerisch. »Nein«, antwortete er nur. Er hätte am liebsten eine anzügliche Antwort gegeben, aber vielleicht wäre das nicht gut angekommen. Er wurde nicht satt davon, sie anzuschauen. »Mal schauen«, sagte sie schließlich. »Ich reise morgen früh ab und es ist sehr kalt. Wir können uns auch im Bad der Vertrauensschüler verabreden, ich weiß aber nicht, ob dir das zu viel fürs erste Date ist.« Er grinste selbstgefällig, sie lief rot an. »Du bist so ein Arsch, Draco Malfoy!« Sie wollte wieder zur Tür hinaus. Vorher trat sie an ihn heran und gab ihm einen sanften, fast unmerklichen Kuss auf die Wange. »Bis später.« Mit diesen Worten ließ sie Draco im Klassenzimmer zurück und er konnte es kaum erwarten, sie heute Nacht wiederzusehen. Er hatte sich Hals über Kopf in sie verliebt. Schon ein bisschen witzig, dass er ein Klontom-Felden hieß, oder? Ja, fand ich eine süße, witzige Idee. Und ja, war ein kurzer, witziger One-Shot. Ich hoffe, euch hat er gefallen. Lasst wieder liebe Grüße an Mila da und ja, bis demnächst.